Man fühlt sich immer wohl, die Stimmung ist immer super, gutes Essen, gutes Trinken, also absolut mein Kompliment. Es ist unabhängig von den tollen Leuten, die man hier findet und die tollen Gespräche, die man führen kann, ist es natürlich etwas Besonderes. Es ist das Einläuten des Immobilienherbstes. Gerade hier oben auf der Dachterrasse an einem der schönsten Orte in Wien freue ich mich sehr und vor allem für mich ist es eine Chance viele Leute kennenzulernen, mich weiter zu vernetzen hier in Wien und auch Spaß zu haben. Besser kann man das CA-IMO-Fest gar nicht beschreiben. Knapp 300 Gäste feierten bei perfektem Wetter gemeinsam das erfolgreiche Jahr der CA-IMO. Wir haben im letzten Jahr drei Bürogebäude in europäischen Hauptstädten hinzugekauft und haben vier Bürogebäude in unseren Standorten selbst entwickelt und übernommen und dadurch sind die Mieteinnahmen hier im laufenden Jahr 2019 erheblich angestiegen. Wir haben für die CA-IMO die ganze Stadtentwicklung gemacht, ein Kilometer Stadt an der Lände und haben dort einen Wettbewerb gewonnen und dann städtebauliches Leitbild erstellt und die Flächenwidmung und es war ein sehr großes Projekt und sehr erfolgreich und darum denke ich gerne an die CA-IMO. Die Vision der CA-IMO ist zufriedene Unternehmen, die ihre Arbeitsumgebungen gemeinsam mit ihnen gestalten und bewirtschaften. Ihre Büros gestalten sie nach dem Spruch where people love to work. Aber wie schaut der perfekte Arbeitsplatz nun aus? Hier sind die Geschmäcker verschieden. Wenn ich im Büro bin, finde ich Büros interessant, die unterschiedliche Formen von Arbeitswelten zusammenbringen. Also gerne auch mit Hotels, mit anderen Anbietern, die sich dort gegenseitig vernetzen können und wo man sich gegenseitig auch befruchten kann. Also ich speziell bin wahrscheinlich noch eher ein bisschen der Old Fashion Typ. Also ich brauche definitiv mein Büro. Ich gehe extremst gerne ins Büro. Ich habe sehr viel mit Leuten zu tun. Also ich liebe es auch mit meinen Mitarbeitern persönlich zu reden. Wir in unserem Bereich, in unserem Team arbeiten in einem Großraumbüro. Ich schätze das sehr. Ich habe das auch extra so haben wollen. Es erspart extrem viel an Kommunikationszeit. Man kann sich sehr schnell austauschen und das macht sehr, sehr viel Freude. Also ich bin da ganz flexibel. Also ich arbeite gerne im Büro und der Austausch mit den Kollegen ist natürlich sehr wichtig. Aber ich gebe zu, gerade in einem so schönen Sommer wie diesem arbeite ich auch manchmal gern aus dem Kaffeehaus, wo man draußen sitzen kann oder vielleicht irgendwo ein bisschen außerhalb der Stadt an einem See. Durch IMO sind wir ja immer permanent erreichbar. Die Zukunft der CA IMO ist rosig. Das sieht man anhand ihrer Büroprojekte in ganz Mitteleuropa. Bevorzugt Deutschland. In diesem Jahr ist es tatsächlich so, dass der größte Teil der Fertigstellung Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres erfolgen wird. Wir haben ein sehr großes Gebäude in München, das fertiggestellt wird. Das Mayo, das praktisch voll vermietet ist, das wir dann in den Bestand übernehmen werden. Also diese Fertigstellungen sind eigentlich die großen Ereignisse, die wir noch im Laufe des Jahres haben. Was wir bisher gemacht haben, wir haben sehr große Mietverträge abgeschlossen. Wir haben einen sehr großen Mietvertragsabschluss jetzt in Budapest gehabt, was einer unserer größten Standorte ist. Und wir hatten einen sehr großen Mietvertragsabschluss in Berlin, was unser größter Standort ist. Also wir sind sehr froh, dass auch in der Vermietung die Dinge sehr, sehr planmäßig und sehr, sehr erfolgreich ablaufen. Schon seit über 30 Jahren ist die CA-IMO erfolgreich und beständig. So wird es wohl noch länger weitergehen. Nächstes Jahr wird das Sommerfest im bereits neu renovierten CA-IMO-Büro starten. 節öne Stattung Das ist podstöne